Die Masterstudierenden kommen alle mit einem konkreten Anlegen und das konkrete Anlegen wird dann in diesem Coaching-Spräch behandelt und das sind natürlich zum Teil Fragen, die sich die Masterstudierenden, wenn sie einfach auf sich selber angewiesen sind, ein wenig weniger stellen. Das Gespräch selber ist extrem interessant gewesen. Ich konnte mich auf das Gelernte fokussieren, auf das, wo ich sehr, sehr große Angst eigentlich vorher schon hatte. Es ist wie zu einem Tanz gekommen. Sie und ich, wir haben uns sehr, sehr gut austauschen können miteinander und ich konnte wirklich viel, viel intensiver das Theoretische üben. Sehr, sehr viele Methoden, die dort angewendet werden, die bringe ich schon in gewisser Weise in der Führung, im Alltag mit. Ich habe auch die Möglichkeit, dem Coaching gewisse Sichtweisen anzustoßen, die auch aus der Arbeitswelt kommen, aus einer vielleicht ganz anderen Arbeitswelt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020